und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video in dem wir uns mal einige coole kill animationen von dem scorpius rex anschauen und es geht als allererstes mit einer eher kleinbeute das ging jetzt auch so ratzfatz man hat es kaum gesehen deswegen seht ihr jetzt das ganze noch mal aus sicht des dinosaurios der hier angegriffen wird es ist eine huma lucifalle er trinkt jetzt gerade noch und an und nichts von seinem schicksal aber da hinten wartet schon der scorpius rex und ich glaube er wird jetzt auch kurzen prozess machen wo wir ihn weggeschleudert hat ganz schön brutal und das nächste opfer vom scorpius rex ist ein trio der steht hier schon bereit hat noch nichts schlimmes aber da kommt schon die gefahr und diese macht kurzen prozess der scorpius rex sieht wirklich mega böse aus wir haben jetzt hier auch den ersten kandidaten der versucht sich gegen diesen zur wehr zu setzen die anderen hatten ja bis jetzt keine chance und ich glaube dieser kasmo wird auch keine chance haben absolut chancenlos mittlerweile scheint der mond vom himmel und es regnet und hier vorne schlendert schon das nächste vermeintliche opfer ein drakorex ich glaube der scorpius hat ihn aber bis jetzt noch nicht bemerkt jetzt hat aber seine beute hier aufgespürt so langsam hört der regen auf aber nicht der scorpius rex der hört nie auf er tötet alles was sich auch nur irgendwie bewegt und das nächste opfer ist ein wenig größer und schwerer aber auch vor so etwas macht er nicht halt eiskalt und legt sich dann schlafen also er hätte wirklich nur getötet um zu töten nicht um zu fressen und ich weiß nicht was er hier gerade albträume schiebt sieht sehr komisch aus wie er mit seinem schweif wackelt und jetzt schauen wir uns das ganze mal in zeitlupe an so sieht er aus wenn er im jagdmodus ist wirklich böse der niger saures versucht noch weg zu rennen aber hat hier keine chance der scorpius springt ihn auf den rücken kreilt sich fest und packt ihn dann am hals sein spitzen sehen die sehr sehr komisch abstehen ich glaube bei dem scorpius würde jeder zahnarzt sagen du brauchst eine zahnspange und der scorpius rex ist nicht allein in einer anderen forschungsanlage wurde ein weiteres dieser monster erschaffen ein apex predator der nur dazu dient um zu töten mal schauen wie sich andere hybriden wie der spinoraptor gegen ihn schlagen werden da bin ich sehr gespannt sind beides hier killermaschinen aber ich glaube der spinoraptor hat keine chance ist jetzt hier schon blutüberströmt und der scorpius rex seine roten augen trifft ihn hier nochmal damit ist der kopf gesenkt und wir wissen alle was das heißt der scorpius springt ihn hier zu boden und entscheidet auf dieses duell für sich mittlerweile ist die sonne hier aufgegangen und ein weiterer sehr stacheliger kontrahent erwartet hier e750 bin ich mal gespannt wie der sich hier schlagen wird das ist ein kentrosaurus aber auch dieser ist hier glaube ich chancenlos kurzer prozess die animation sah ein bisschen komisch aus liegt glaube ich daran dass es so ein bisschen bergab ging hier und das nächste opfer wird ein parasaurolophus sein mit einem gekonnten sprung schnappt er diesen am hals und erlegt ihn der siegeschrei darf natürlich auch nicht fehlen auch das gucken wir uns jetzt nochmal in zeitlupe an das war ja wirklich ein sehr beeindruckender sprung achtet jetzt mal darauf wenn er hier abspringt wie krass das aussieht wo jetzt realisiert der para was los ist aber da ist es schon zu spät der jump kommt er packt ihn am hals und zieht ihn zu boden richtig heftig und jetzt beißt er ihm das genick durch und das war's oh oh sieht mir jetzt fast danach aus als wenn der scorpius rex hier ausbrechen möchte er macht hier nicht mal von einem elektrozaun halt rett er da voll mit dem kopf dagegen und so langsam gibt der zaun nach die leute schreien auch schon ich glaube jetzt wird's wirklich zeit für die leute hier zu verschwinden der zaun wird nicht mehr lange halten und das war's mit dem zaun der scorpius ist frei und jetzt geht er auf die menschen los sind schon am schreien aber ich glaube da wird's kein entkommen geben die erste frau hat's hier schon erwischt die leute retten sich in den wald der mann hat hier keine chance oh die animation ist ja gar nicht verbuggt oh Gott wie sieht das denn aus okay animation ist leider ein bisschen verbuggt und das große finale ist scorpius rex gegen scorpius rex oh wie übel die sich hier angreifen super ausgeglichen und da geht er einfach zu boden scheint es gar keine animation zu geben damit hat sich dieser scorpius hier durchgesetzt die beiden scorpius rex mods sind natürlich für euch unten in der video beschreibung verlinkt ich hoffe dieses video hat euch spaß gemacht falls ja lasst ein like da ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen tag macht's gut haut rein euer dann ich wünsche euch project Ding komm hier hier live otypend